Hallo Okay, hallo Äh Was machen wir? Weiß ich nicht, Hawk Komm Witz ich doch mal anfangen mit Äh Achso, ah, hast schon Du warst schon im Charakter, ne? Ja, weißt Wow Hallo Äh Hä Hä? Was ist der? Ja? Ja? Ich fand's gut Ich wollte auch noch mal äh äh sagen Mach doch Ich finde, er soll jetzt unser Opener werden Hallo Äh Äh Genau so Äh Äh Achso, ah Muss es auch nicht schauen Ja Äh Oder wir machen den Zimbeam Pfff, der Zimbeam Ich werde für Ich starte eine Petition Ja Nicht nur eine Ich mach drei In drei Ländern Du ein Fist? Okay, okay Gernstieg erst mich Ich war Ich, ich push mal nicht da vorne Ja, genau deswegen Oh nein Gernstieg wurde nicht geheilt Och Unsere Schuld Sorry Was könnt ihr eigentlich? Ihr scheiß Supporter Ozan, 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 ozan Aua, aua, aua Äh Tut alles weh Ice one, perfekt Sehr gut von dir Die haben live, Rihanna Ich hab ihn Ich wollte ihn rufen gerade Ja Der verlässt gleich seine Frau glaube ich Perfekt Ich zeine Ich zeine Moment auf, wo der ist Hä Ich Ist er nicht Bisexual? Ne, Moment, was ist er? Ich bleib bisher Bisexual, was ist er nochmal? Weiß ich nicht, äh, aua, 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 aua Erst haben wir vorbei Erst haben wir vorbei gesch- Ne, Cass war da, okay Cass hat mir einfach einen fetten Headshot gebildet, keine Chance Ah, okay War ein Mercy Pocket Headshot, war nice von ihm Hab ich nicht mitgerechnet Ja, der Cass ist gut Du wirst doch wohl sagen können Du wirst doch wohl sagen können, dass der Cass kommt Hätt ich gesehen, hätt ich gerne gecallt Tja, die haben schicken Rap Ja Okay, hinter dir, ähm Do this one Perfekt Hab ich Ich heil dich, komm bist du vor Ne, nein, nicht da Achso Hab ich ihn? Ähm Cass von links Cass von links Habe ich doch grad gesagt, okay Ich war schon mal Wir holen Ich war schon mal Ich brauch grad sagen Was glaubst du mein Call? Ah, danke schön Was glaub ich denn? Ja Sorry Ja Echt mal, was fällt dir ein? Richard läuft gleich von rechts Achtung Ich warte Das war ein extra schlechter Ruck Der hat euch gepuncht Ja, von den hinter mir hinter, zinsert Briefer Ja, ne Cass Und ich wurde, ich wurde, ich wurde Ne, ich wurde nicht gepuncht, aber Tja, warum steht der, warum stellt der Genji sich zu mir? One Punch is all I need Ah ne Weiß ich nicht Ich sag mal so Unser Genji, ne Unser Genji meinte die Oh, okay Oh, okay Also unser Genji Der ellt mich die ganze Runde Der stellt sich immer zu mir Er lässt sich beschießen und legt sich Er lässt sich beschießen und legt sich Er hat kein Team gemacht, ne? BTF Ja, unser Soldier Ja, ja Ja, ja Ja, mit Nano Unser Genji soll sich bitte löschen gehen Oh, jetzt hat Genji kein Nano Blick Ähm Alter Ich hab mir grad an der Nase gekrasst Hat auch mal zu lange gedauert Ich Du für's one Du für's go Du für's go Cash one, Cash one Nice Ja, ich war von der Granate getroffen natürlich Was denn? Darf ich fragen? Warte Hm? Ja? Sag's mal Wie? Wie hat er an mir vorbeigeworfen? Wie hat er mich gepuncht? Ich war zwei Meter hinter dir Aua Er ist nice L-Ult Ähm, Ozan Nein Lass mich nicht allein Lass mich nicht allein Lass mich nicht allein Och nö, Och nö, Och nö Och, 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 Ozan Ich drück die alle gegenüber Ooooooh, Ich muss weg Ich muss hinten rum Ja Du bist ein Monster Du bist ein Monster Warum ich? Er hat mich angelegt mit uns Du bist ein Monster Er hat mich angelegt mit uns Er hat dich pultet Du bist ein Ball Tun sie nicht Ich hab auch an die Szene hier, die ich denke Ich glaub nicht, ne Ey, weißt du, nicht mal Was? Ich durfte das Spiel über nicht mal Ich durfte das Spiel über nicht mal Nase kratzen Ist wirklich so Ja, wurde uns direkt dafür beschraft Ja, Hauptsache nichts gemacht, außer mehr Schaden als unser Genji Äh, ich hab auch das Gefühl, dass Genji dich irgendwie leicht gedumpt hat Hehehe Ja, hä hä Was? Ha Ha Die haben Genji? Äh Die haben auch keine Supporter Also die machen gar nichts Die heilen aber nur Die haben Healbots Ja Außer die QIQ Also einer von den Beinen Die hat mir einmal einen Shot gedrückt Wahrscheinlich einmal Ganz wirklich Wahrscheinlich Chickenrap Ey, wo kann ich sagen, Sushi kann es nicht sein? Ne, glaub ich auch nicht Viel Heilung, wenig Damage Sieht nach Leibweb aus Ist eigentlich ein Baum? Ja, ich sag mal so Ich mein, da war ein Headshot und Buy und 90 Schaden passt nicht Ja, genau, ja Hat der eigentlich einen Tree gesetzt? Ja, ich sag mal so Ich hab keinen gesehen Uh, was mir einfällt Wusstest du, dass Rive Leaver Das Ult Die von Sigma blockieren kann Also Canceln kann Ich mein, ich hab sowas schon mal gesehen, ja Ja, wenn du den Tree mittig In seine Ults setzt In das schwarze Loch Cancelst du die? Ähm Fällig aber auch Also Das ist für mich das dumm Ja Das ist dumm Oder wenn die, äh, äh, das Spiel auf jemanden drauf fällt, ist er Instacill Wolle Wolle Also drauf fällt Nicht spawnt Ja, also ich war's nicht Ich weiß ja, ob Instacill oder wie viel Schaden er macht, aber ich hab's gesehen Ähm, auf einer Plattform ist auf jemandem draufgefallen, auf dem Gegner Und er war tot Alter Natürlich hab ich Hanjo Die soll Genji dahein, komm zurück, ich heil den Genji nicht Ich hab ihn geheilt Mal Mein Fehler Mal sagen, hättest du nicht machen sollen Der würde sich jetzt dann gewöhnen Alter, wow Ja, ich bin auch viel Und ich hab's jetzt nicht mehr Ja, ich kann ich gut gehen Usan, Usan, von rechts Von rechts, von rechts Achso, hinter den, du bist weiter Ja Wir sollen zurück Zug, zug, zug Ja, ja, ja Warte, ey, 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 ich, ey, ich weiß, dass der Schatz Kommt Ja, 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 nein Ach, schade Oh, nein, jetzt hab ich die Fähre Oh, nein, jetzt hab ich mich verloren Weißy, meißy, 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 meißy Sehr schön Von links, lass links rein, lass links rein Ich kann's machen nicht Ich bin gleichzeitig, ich flänke Habt ihr in sich reingehauen Ich flänke, ich flänke, ich mach Zolger Achtung, Handu, Handu, Handu Ich weiß, ich hab Block. Ich hab... Okay, egal, sehr schön. Ey, nice! Ey, so krass, du anfangen. Träger lösch dich gern hier. Du kannst in der Rank Session noch gerne anfangen. Alte 4, Scha löschen. Wir hatten da einer? Achso, natürlich. Da war der Baum. Da war der Scha. Alte 4, 6. Mal gucken, was die nächste Runde so wird. Oh mein Gott. Bis zur nächsten Folge.